Hallo Freunde der wunderschönen Gelb sucht, hier ist wieder der Mario und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ihr bei mir und oh, ich glaube ich habe etwas vergessen, ich glaube ich habe vergessen, dass mein Homey Baby mir was sagen wollte, eigentlich wusste ich das gar nicht, also habe ich es nicht vergessen, in meinem schönen Springfield. Eigentlich ging es mir darum, ich wollte eigentlich noch so ein kleines Zwischenspiel machen, aber cool, da ist auch noch direkt was Story-mäßiges passiert und so einen kleinen Aufruf, aber den Aufruf starte ich dann erstmal, nachdem wir uns angeschaut haben, was denn hier passiert mit Homey Baby. Ich glaube, ich habe etwas vergessen, ach egal, wenn es wichtig wäre, hätte mich sicher jemand deswegen gewarnt. Homey, du bist gewarnt worden und zwar von dir selbst, Mann, Mann. Oh, es geht gar nicht weiter. Oh je, jetzt kann ich meinen Homey Baby gar nicht warnen. Hm, das ist nicht gut. Das hat ja in der Regel einen Grund, wenn mein Homey Baby was vergisst. Ich denke, dass er blöd ist, aber ansonsten. Tja, ich dachte eigentlich, es geht jetzt, und naja, ich dachte es eigentlich nicht, aber jetzt, wo ich es gesehen habe, dachte ich, es würde noch ein bisschen was, würde noch ein bisschen was passieren, aber ganz offensichtlich passiert dann doch nichts mehr. Gut, dann komme ich ganz gleich ganz flott und schnell zu dem Aufruf. Und zwar, der eine oder andere mag es mitbekommen haben, oder der eine oder andere hat es mitbekommen, aber ich glaube, nicht alle haben es mitbekommen, dass ich für mein, ja, quasi mein Jubiläums-YouTube-Special, also die Folge 50, die 50. Folge dieser Reihe, noch wunderschöne Springfields in meiner Nachbarschaft allerdings suche. Also bitte nur, wenn ihr schon in meiner Nachbarschaft seid, bei mir melden. Schreibt es hier in die Kommentare unter das Video, wenn ihr dann, ups, sorry, da war Luft, die da nicht hingehörte, deswegen habe ich sie rausgeschmissen, ohne dass ihr das gehört habt. Wenn ihr der Meinung seid, dass euer Springfield wirklich, 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 wirklich gut aussieht, also ich habe schon, drei Stück habe ich schon auf meiner Liste, ich muss jetzt noch das letzte oder vorletzte YouTube-Special, muss ich mir nochmal durchgucken. Da war, glaube ich, auch ein Springfield dabei, wo ich mir gedacht habe, das ist echt hammermäßig. Wenn ihr der Meinung seid, euer Springfield ist echt hammermäßig, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare und ihr seid in meiner Nachbarschaft, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich suche aktuell noch zwei, ich würde gerne Top 5, Top 5 machen. 1, 2, 3. Ein Top 5 Video der schönsten Nachbarschaften, meiner Nachbarschaften. Ich müsste unbedingt mal irgendwo ein paar Hecken platzieren oder irgendwas, damit ich nicht jedes Mal, das nervt mich, nämlich, wenn ich hier meine Quickie-Märkte baue, dass ich immer die Benachrichtigung bekomme. Du darfst bald nicht mehr, als ob es mich interessieren würde. Das mit Homie, das nervt mich jetzt. Ich würde jetzt gerne wissen, das war sehr wahrscheinlich, ich denke mal, morgen wird was kommen. Ich muss nachher nochmal gucken, ob ich nicht irgendwo schon was Andeutungsweises finde im Netz. Jetzt gibt er ja hier eine Quelle und da eine Quelle für Gerüchte, die sich in der Regel dann doch als Wahrheit herausstellen. Haha! Und ich muss mal gucken, es könnte also gut sein, dass morgen schon irgendwas passiert und mein Homie-Baby mich jetzt quasi schon geistig versucht hat, darauf vorzubereiten, dass da morgen was passiert. Aber ich weiß es natürlich nicht. Von daher, ja, das war es mehr oder weniger jetzt auch schon wieder, falls hier nicht noch gleich noch irgendwas passiert. Ach nee, warte, einen Moment. Eine Kleinigkeit habe ich hier... Ihr habt das gesehen im letzten Video mit meiner Himbeere. Kann mir irgendjemand erklären, was das gewesen ist, was da passiert ist? Ich habe nämlich absolut keine Ahnung. Es mag durchaus sein, dass... Ich glaube, kurz vorher ist Norbert hier mit seinem scheiß Flugzeug rumgeflogen. Aber der fliegt doch eigentlich nicht dagegen, oder? Das kann ja nicht sein. Ich schließe jetzt mal hier die Dings ab und hole mir mal hier meine 10 Donuts. Live-Berichterstattung auf Kanal 6. Huch! Ich wusste nicht, dass der gleich alles anklickt. Ich dachte, der springt nur dahin, aber naja, auch egal. Achso, eigentlich wollte ich ja zu Kanal 6. Hier oben war schon gelb hinterlegt. Ja gut, wie gesagt, wenn ihr der Meinung seid, dass euer Springfield, wenn ihr in meiner Nachbarschaft seid und ihr seid der Meinung, dass euer Springfield wirklich Hammer ist, dann schreibt mir das doch in meine Kommentare oder in die Kommentare unter mein Video. Dann gucke ich mal euer Springfield mal schnell an und entscheide mich dann, ob oder ob nicht. Im Moment suche ich, wie gesagt, noch drei. Äh, zwei, Entschuldigung. Ich suche noch zwei. Drei habe ich schon. Daher die drei in meinem Kopf. Ja, Hobie, Baby, hat mir echt nichts mehr zu sagen. Hello! Und sonst auch keiner mehr, was Relevantes zumindest. Nichts Relevantes mehr anscheinend. Oh, hier meine, meine Rocket Lady. Ach nee, die ist noch auf fünf Minuten und ich kann sie nicht mal, nicht mal gratis holen. Das ist ja krass. Lisa kann ich schon eine Stunde oder sowas vorher mit ihrem Zwölfstundenjob gratis holen. Die Rakete braucht, glaube ich, auch zwölf Stunden, wenn ich das richtige in Erinnerung habe. Ich weiß, ich labere schon wieder rum. Das liegt daran, dass ich eigentlich hier hauptsächlich damit beschäftigt bin, meine Sachen abzuklicken. und mich zu wundern und zu suchen, ob nicht vielleicht doch noch irgendwo irgendwas weitergeht. Nee, keine, keinerlei Dialoge mehr zur Verfügung. Na gut. Dann würde ich sagen, war es das schon wieder von mir für diese Runde. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare oder abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht ohnehin schon nichts getan habt. Und natürlich, wie ich schon ein paar Mal jetzt gesagt habe, wenn ihr der Meinung seid, euer Springfield ist so klasse und ihr befindet euch schon in meiner Nachbarschaft, dann schreibt mir das bitte auch hier unter das Video und dann gucke ich mal euer Springfield mal an. Und dann kommt ihr vielleicht sogar in das nächste YouTube-Special, nämlich die Top 5 meiner schönsten Nachbarschaftsstädte. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich gehe jetzt wieder in die Sonne, da gehöre ich nämlich im Moment hin. Die knallt nämlich hier runter, wir haben, ich weiß gar nicht, ich glaube, 32 Grad, 34 Grad, irgend sowas in der Richtung. Und von daher, macht's gut, Leute!